Hi liebe Ibiza-Fans, ich bin Elisa von Beachings Better. Ich befinde mich gerade am Cala Codolar, an der westlichen Kustel von Ibiza. Das ist eine familiäre ruhige Bucht, viel ruhiger als die anderen Strände, die in der Nähe sind. Hier gibt es auch eine Strandbar, Sonnenschirmauslei, also perfekt die Einheit für die Familie, die nach Ruhe suchen. Untertitelung des ZDF, 2020